hi ho und willkommen zurück meine lieben zwergenfreunde zu dwarf fortress bevor ich wieder sage dass wir viel zu tun haben und das auch umsetzen werden wir haben drei neue opfer entschuldigung drei neue zugänge in unserer zwergenliste also zwei namen leute die namen zwerge haben wollten und zwar haben wir einmal war grepp der unbedingt ein schmied sein wollte und da mein waffenschmied zu dem zeitpunkt ja noch mit seiner infektion mit seiner verwundeten beid zu schaffen hatte habe ich ihm den armurzwerg gegeben also den rüstungsschmied dann kam giga games hinzu sein wunsch war es der squad leader von einem armbussschützen trupp zu sein also habe ich ihm schon mal die profession expo 2 gegeben da darf er den zweiten armbussschützen trupp anführen wenn das mal soweit ist und zu guter letzt raggi mann der wollte unbedingt ein grumpiger rumpelnder schmied sein leider konnte ich in diesem wunsch nicht erfüllen weil werde ich die namen vergeben habe habe ich gemerkt und dazu stelle ich mal kurz in den herr bildschirm mein waffenschmied ist wieder kern gesund die infektion ist abgeklungen und die wunde verheilt das heißt er braucht keinen krückstock mehr also tut mir leid dass du kein grumpiger rumpelnder schmied bist du bist nur ein grumpiger schmied das positive ist du stirbst wahrscheinlich nicht so schnell gehört ich habe außerdem noch jetzt zwei und kaffee vergeben das heißt wir dürften irgendwann genau um holz bekommen und ich glaube ich verlege die bones hier runter zu den anderen sachen das heißt hier kommen dann noch zwei quartz works workshops hin die nur bones sachen machen ja genau und dann bauen wir endlich mal in richtung stoff aus und in richtung glas und leder und dann kommen endlich die schmieden dran ja das ist so gute idee denke ich mal erst einmal sollten wir jedoch designation b dampf auch das war ihr luft habe ich heute normale stand so dank mal bitte alles was hier ist und hier ist so wollen wir mal die leichenhalle frei und gucken vorsichtshalber ob nein du sollst nicht gedammt werden und du auch nicht gut aber wir könnten weitere bürger acceptables gleich aufstellen hier in der großen halle so und einmal die zeit weiter laufen lassen kurz gucken was machen die beiden haben noch keinen job also meiner die mir mal bitte hier durch so wie sieht es oben mittlerweile aus also mit oben meine ich hier genau hier müssten wir auch mal als es building türen haben wir keine das ist blöd aber wir können mal sagen dampf bitte hier die steine und dampf bitte auch hier in der schatzkammer und überall die steine so dann habt ihr was zu tun ihr meinet schon wieder beziehungsweise macht pause alles kein problem hier wird fleißig gedammt so wir haben schon mal ein paar tuts jetzt mal 10 bürger acceptables das will ich mal kurz gucken was ist also in unserer auftragsliste coffees werden noch hergestellt bin's club back und socks können nicht hergestellt werden weil wenn ich genug klopfen haben armbrüste er dauert doch alles eine weile scherz habe ich immer noch keine übrig könnte schon mal wie viel bitten habe ich denn noch werfen wir mal kurz einen blick hier hin drei stück und dementsprechend habe ich hoffentlich auch 1 2 tische zwei tische sind einer die drei tische sogar vier tische ja vier tische und vier betten ok es war vielleicht etwas übertrieben jetzt noch aber wir bauen schon mal das krankenhaus weiter aus gut und wir haben eine karawane eine elfen karawane gut wir sehen es vielleicht nicht gerne dass unsere woodcutter da unten gerade dabei ist holz zu fällen ok erst einmal requesten wir unseren trader und dann gucken wir mal erstmal möchte ich kraft von dem wir viel zu viele obwohl viel zu viel geht gar nicht haben so kraft und das blut barrel das möchte ich auch gerne dort haben zu verkaufen so nächster schritt was jetzt auch mal gemacht werden sollte ich designations p diesen stockpile und diesen stockpile hier kann ich mal entfernen und kann jetzt hier einen wood stockpile einen großen anlegen und hier einen großen wood stockpile äh ne einen refuse stockpile genau und der refuse stockpile der nimmt jetzt auf keine corpses und keine body parts sondern nur noch diese sachen hier wobei haare und wolle später und weiter runter müssen zu dem klopf zeug aber hörner und so weiter können erstmal dort bleiben und was liegen dafür überreste das stimmt ja wir haben ja tierchen die sollten wir alle nicht schlachten die können wir nicht schlachten ein goat kit haben wir und puppies und dogs scrolls hunting training ich kann leider nicht gucken welche von den runden hier das müssten die ersten sechs sein ja genau äh ne halt die ersten acht genau ich habe glaube ich sechs weibliche zwei männliche hunde mitgenommen ne bat schon brauchen wir jetzt erst einmal nicht trinken da war ja was bookkeeper settings ja genau ab 1000 wird es dann etwas ungenau also gehst du mal auf high position du kriegst dann nachher auch dein office dein ordentliches office so die tun ihre goods abladen wir kaufen da auf jeden fall stoff können wir jetzt schon handeln nein sie sind bald bereit aber jetzt nein nicht ganz ähm mauer building das war groß c wall das müssen wir genau so eine mauer auch auf der anderen seite bauen das war zu breit nein ich wollte das so so eine mauer müssen wir hier dran setzen können wir nicht weiter ein baum im weg ist ok designation ähm genau chop down trees mach uns mal den baum hier weg deswegen machen wir designation remove so das hier so das erstmal tut da was ist hier wer ist das was ok da hat irgendeiner einen c verloren wer war das denn bitteschön gucken wir mal kurz die reports an äh das sind die kampf reports oder ja das war gegen das der bitte tauchus gegen das gegen das wer fährt ja der minotaurus springt weg kann sein dass das von dem wer fährt ist was der minotaurus gekillt hat ja da ist dieser so und so aber wem gehört der c das verstehe ich nicht ganz wie der c gehört so wie auch immer können wir traden nein können wir nicht weil mein händler gerade nicht da ist der muss essen ok wir haben cobalt die wir die kämpfen das ist auch nicht so schön ok ist das jetzt das blut von dem farmer da ja und der cobalt hat in den rechten unterarm gestochen bist du arg verwundet ja bist du gucken wir mal kurz im helftigen nach ja das bist du da diagnose und sonst wissen wir noch nichts gut was fehlt meinem leader du bist unhappy warum bist du unhappy ach so weil wir immer noch nichts für dich gebaut haben ja gehen wir mal kurz in auftrag statuen werden ja gebaut kopf ist hoffentlich auch kopf ist hoffentlich auch da geht mal zwei rock tables in auftrag kuh betten gibt 21 in auftrag so und das verschiebst du bitte nach ganz oben ja so wie das und ja wir wurden netterweise auf etwas hingewiesen nämlich dass es zeit ist dass wir uns um unseren review stockpile kümmern